Zweiter Rund 4 Connett Bergeron, der ist im Backfield, sucht die Lücke, da sind viele Adler, da wühlt er sich durch. Und wenn da die Seitenlinie nicht gewesen wäre, wäre es vielleicht sogar noch ein bisschen weitergegangen, so vielleicht ein knappes Jahr, wenn überhaupt Traum gewinnen. Aber das hätte auch ganz anders ausgehen können. Aber in Russland wieder das erste Tackle gebrochen hat.